Der moderne Radfahrer hat sich an viele Verkehrsteilnehmer gewöhnt. Einige Unternehmen aber nutzen nun unbemannte Luftfahrzeuge, um Waren auszuliefern. Drohnen können für sie zum Sicherheitsrisiko werden. Das Verfahren steckt noch in den Kinderschuhen. Bei Verlust der Funkverbindung bleiben manche Drohnenmodelle unvermittelt stehen. Nehmen Sie das nicht persönlich und schieben Sie davon. Verlieren Sie nie die Gesamtsituation aus dem Auge. Bei einer Gefahrensituation sollten Sie stets beide Bremsen betätigen.